Hi! Zur Freistunde. Ich sitze heute hier. Leute, so hab ich vielleicht einen Schatten drin, so nicht. Das ist ein Podcast. Also würde ich euch, ihr könntet auch bei Spotify einfach auf die Ears hören. Richtig. Es sei denn, ihr wollt uns natürlich sehen. Im besten Fall auf all ears. Wie viel gibt's denn? Hast du noch mehr als zwei? Leute, der Keim geht rum. Martin ist krank. Er ist krank. Hinter der Kamera ist auch noch wer krank. Ich hab gestern Nacht gekränkelt. Ich möchte, dass ihr auf euch aufpasst. Und dass ihr irgendwie die Zeit jetzt hier übersteht. Ihr müsst jetzt erstmal mit Lena und mir Vorlieb nehmen. Und vielleicht auch irgendwann nur noch mit mir. Dann ist es kein Trash. Was ist denn dann immer? Dann ist der nehm ja Trash-Kurs. Ja, dachte ich kurz, wäre vielleicht Plural, aber ist ja nicht. Nee, Mann. Trash-Kurse, dachte ich, heißen wir. Ja, Trash-Lords. Würde uns aber auch, ja, nicht Drachen-Lords, sondern wir sind die Trash-Lords. Lords. Lords. Naja. Leute, die Hochzeit ist passiert. Lena ist endlich frei. Ist ja irgendwie so von deinen Trauzeuginnen-Duties und allem. Und dann, gestern Abend dachte ich so, klar, meine Mutter würde jetzt sagen, Nalena, kein Wunder, jetzt wirst du krank. So, dein Körper hat gehustelt und jetzt fällt er zusammen. Ich hasse das, wenn das passiert. So dumm. Aber dein Körper fällt mir zusammen. Nee, der kann das gar nicht. Das ist ein Tempel. My body is a temple. Und der braucht vielleicht mal wieder eine Grundreinigung. Ja. Aber, ein Allrounder? Ein Allrounder. Nee. Vielleicht schließen wir die Bude mal für zwei Tage Sanierung. Ja, ich meine, da muss man kurz wieder renoviert werden. So meine ich. Ja. Wieder auf den neuesten Stand gebracht. Genau, mal ein Update draufziehen. Auf den Tempel, na klar, wer kennt's nie. Freitag werden wir dir schön die Festplatte neu machen, Alter. Das kannst du jetzt schon mal wissen. Ich möchte mich erstmal... Heute ist schon wieder raus. Ja. Partygirl. Was hast du gerade gesagt? Also, die Hochzeit ist vorbei. Ja. Und es war wunder, 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 wunderschön. Die haben wirklich eine geile Location da rausgesucht. Es war ein geiler Vibe. Die sah natürlich auch unfassbar gut aus. Bombo? Ich hab mir so gedacht, okay, jetzt will ich auf jeden Fall nicht mehr heiraten. Weil, wie krass hast du denn aus? Nein, Quatsch. Ich hatte wirklich einen richtig schönen Tag. Und auch so das als Trauzeugin so miterleben zu dürfen, ist schon irgendwie krass. Und dann hatten die auch nochmal Reden geschrieben, wo viele nochmal einzeln angesprochen wurden. Und das war schon... Emotional. Ja. Hast du genau Vorstellungen schon von der Nachzeit? Bist du so ein Mädel, wie manche andere sagen, ja, ich träume schon immer von einer Prinzessin in der Nachzeit? Nein. Oder ich träume schon immer von, ich heirate alleine in Las Vegas? Nee, eigentlich gar nicht. Also so eine Blitzhochzeit mäßig feiere ich jetzt nicht so. Einfach nur so Standesabend feiere ich eigentlich auch nicht so. Aber ich bin jetzt auch nicht kirchlich, also fällt das ja dann irgendwie auch schon mal weg. Aber dann so eine schöne, wie nennt man das dann, freie Trauung danach nochmal irgendwie mit ein paar Friends und so, werden jetzt sicherlich auch nicht so viele sein. Das finde ich schon schön. Aber jetzt nicht so todes... Crazy. Und bei mir, ich dachte früher immer, ich werde auf jeden Fall kirchlich heiraten. Das war irgendwie früher noch so der Standard. Und dachte auch so, na das ist halt ja auch viel festlicher in so einer Kirche und was das dann auch meinen Eltern vielleicht bedeuten würde und bla bla bla. Und jetzt bin ich so, Alter, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Dein Eltern wäre es doch auch egal. Ja, weil manchmal hat man früher halt so gedacht, keine Ahnung. Ich habe auch Konfirmation gemacht für die Oma, weil mein großer Bruder schon Jugendweihe gemacht hat. Für die Oma, da gab es doch sicherlich ein paar Scheine. Naja, ja, aber du musst ja trotzdem erstmal in diesen scheiß Konfieunterricht gehen, zwei Jahre vorher. Abfuck. Aber Rüstzeit war loko, war nie. Genau, und jetzt bin ich so, auf jeden Fall freie Trauung. Weil auch die TraurednerInnen, ja, viel, ist ja viel persönlicher, habe ich das Gefühl. Und viel schöner einfach alles. Ja. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss heiraten, als, als, keine Ahnung, dass ich das richtig brauche. Ja. Aber ich wünsche es mir schon. Ja, also eigentlich, ja. Also ich, genau, ich wünsche es mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, sonst kann ich nicht glauben, dass mich irgendjemand liebt oder so ein Kram. Ja, nee, das auch nicht. Ich wünsche mir das auch so irgendwie so für mich einfach und so als Fest. Und ich sage dir ehrlich, oh. Oh. I want his name. Welcher das auch immer ist. Alter, aber wenn das halt ein Scheißname ist, dann fuck ich richtig ab. Weißt du, Frau hat den Namen? Nee, erst mal nicht angenommen. Erstmal nicht, kann man das nochmal ändern? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber weißt du, bei mir, was bei mir so ein bisschen auch manchmal eine Rolle gespielt hat, dass wir sind ja in der Familie zwei Töchter. Oh, das ist nämlich bei ihr auch der Fall. Ja. Und sie ist die Ältere. So. Und dann ist halt, also es ist auch ganz, so, vor allen Dingen ist es auch egal. Es gibt ja noch andere Familienteile, die diesen Namen immer noch weiterhin haben. So, als nicht aus, aber. Aber der wird ja trotzdem dann aussterben. Naja, es gibt schon noch Männer, die den gleichen Namen haben, aber so, die halt nicht, wie nennt man denn das? Sowas wie Cousin, Onkel, da. Aber dann bei unserer Family, naja, was machen wir denn dann? Irgendwie ist das komisch. Bei uns wird es aussterben. Ja. Weiß ich nicht, wie es findet. Also, obwohl ich, oh Gott, um Gottes Willen, kurz meinen großen Bruder vergessen. Ich hab kurz gedacht, ich hab gerade gedacht, ist der verheiratet? Nee, der ist verlobt seit fünf Jahren und ich weiß nicht, ob da noch eine Hochzeit stattfindet. Kann ja auch sein, dass er den anderen Namen annimmt. Naja, anderes Thema vielleicht. Jetzt wird erstmal kurz was getrunken, Leute. Reminder, ihr trinkt jetzt alle einen Schluck. Ist mir scheißegal, was ihr habt. Gerne unalkoholisch oder ihr hört es abends, dann knallt euch jetzt mal was Feines rein. Stay hydrated. Ja, auf jeden Fall hab ich auch das Gefühl, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass die Leute, oder dass immer mehr Pärchen sagen, naja, ganz ehrlich, wozu brauche ich es eigentlich? Und ich weiß auch, dass mein Bruder so war wie, ganz ehrlich, da machst du so dieses riesige Fest, gibt's Haufen Kohle aus, aber eigentlich nur für die anderen. Aber ich hab das jetzt gerade mit, ähm, als am Wochenende gemerkt, ich hab das auch zu ihr gesagt, hab gesagt, ey, das ist einer wahrscheinlich der einzige Tag, wo ihr alle eure Lieben im Raum habt, die euch richtig viel bedeuten und ihr ein Fest feiert. Voll. So zusammen. Ja. Weil wann sollte es nochmal passieren? Außer es ist ein trauriger Anlass. Und dann feierst du nicht. Nein. So. Ja, eben. Also, ja, so, na klar, das kostet alles todesviel Geld, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Aber, ähm, Böcke hab ich auf jeden Fall und ich stell jetzt mir auch richtig süß vor. Und, ja, aber ich hatte auch eine Freundin damals, die hat, ähm, die war richtig crazy, was Hochzeit angeht. Das war so eine, wie du am Anfang mich gefragt hast, ob ich so eine war, die das schon immer ausgemalt hat. Ja, ausgemalt hat. Eine Idee hatte, die hatte einen Ordner. Scheiße. Also, ich glaube, weiß ich nicht, also kann sein, ich lüge jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber in meinem Kopf mit 16, einen Ordner. Und die hat's meiner Meinung nach auch drauf angelegt, wollte unbedingt, unbedingt, der muss es jetzt sein, aber nicht so, also für mich nicht aus so Liebe, bei ihm zumindest nicht, weil die waren dann, die waren dann auch verlobt, aber, naja, es ist auseinandergegangen. Sie ist jetzt, glaube ich, mittlerweile verheiratet, aber sie, also da war auch irgendwas wie bei, also, wir haben uns jetzt nicht geghostet, aber da war irgendwas, ich hab's gar nicht verstanden, hab von einer anderen gehört, dass die grad richtig Struggle mit mir hat. Ich so, hä? Dachte, wir sind eigentlich Friends? Ja. Und dann war ich blockiert. Hä? Und ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Und im November sollen Klassentreffen stattfinden. Wenn sie da kommt, weil ich will's eigentlich wissen, aber eigentlich juckt's mich auch nicht mehr, weißt du, aber... Alter, lass mal gleich mal dort drüber gehen, weil, von der, der ich jetzt gerade erzählt hab, wo das ausgefällig ist, ich folge ihr ja noch, sieh mir ne, aber ihr Freund, der ja super lieb war, dem hab ich nie ein Problem gehabt, im Gegenteil, der hat schon kuriose Sachen gemacht, wir würden schon sehr lange kennen. Ähm, der ist ein relativ erfolgreicher Videograf und hat da eben die Fotos und so alles auch gemacht zur Hochzeit, wirklich ne ganz feine Maus. Ne feine Maus. Und da ist mir ja letztes Jahr aufgefallen von einem anderen Kumpel, der boxt, dass sie da zusammen waren und der Kumpel eben ein Video von ihm eigentlich gerepostet hat und mir wurde das nie angezeigt. Ja. Ich so, hä, wieso lädt denn die Story bei mir nicht? Ja, guck ich halt bei ihm auf dem Profil. Der hat mich ja blockiert. Also nicht nur, dass der mich entfernt hat, sondern blockiert. Der Freund. Ja, und ich habe, musst du halt wissen, mit dem wirklich seit zehn Jahren nichts mehr zu tun. Das will... Also dann löscht doch, also löscht mich einfach, aber warum denn blockieren? Da hab ich ja... Wir haben bei der Hochzeit das erste Mal seit zehn Jahren wieder miteinander gesprochen. Und du hast aber erst, sorry, im Nachhinein gecheckt, dass er dich blockiert hat? Ja. Oder wusstest du es schon bei der Hochzeit? Nee, 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 ich hab's letztes Jahr gemerkt. Nee, ich hab's letztes Jahr gemerkt. Achso, aber hast... Warum nicht? Ich frag da nie nach, das ist mir zu affig. Nee, das ist mir nicht zu affig. Ja, ist es auch, aber ich dachte, vielleicht, wenn man einen coolen Vibe hat, dass man sagt, du, ich hab das mal gesehen, ich will einfach nur wissen, so, hab ich irgendwas falsch gemacht? Nee, aber das wäre dann sowas wie letzte Woche beim Sommerfest, wo ich dann sage, naja, Mensch, Maus, du redest ja sonst auch nie. Und? Naja, manchmal hau ich dann sowas raus. Nein, du hast auch grad schon wieder so ein Sass reingelegt, so meinte ich das gar nicht. Einfach, weil du ja meintest, es war eine feine, süße, liebe Maus. Achso, ja, das ist ja in so einer Frage, jetzt darf ich mal nachfragen. Ja, das einfach sagt, hier, ich hab das gesehen, ich will, also... Das ist eine Ego-Sache. Ja. Ich bin übelst krank neugierig, das weißt du. Ja, ja. Aber das war dann in dem Moment auch so eine Ego-Sache, da ich sage, du, ganz ehrlich, du wirst deine Gründe, dann ist es so. Ja. Ja, Pech. Also vielleicht habt, weil ich bin gespannt, ich würde mir wünschen, wenn ihr auch sowas habt, schreibt es mal in die Kommis. Ja. Irgendwie, ihr könnt das ein bisschen anonymisieren. Hier ist was in der Luft. Ich verstehe das nicht. Irgendwas connectet sich hier oder disconnectet sich, keine Ahnung. Die zweite Jahreshälfte hat angeschlagen. Was ist denn los? 2024, was ist denn los? Also alles hat damit angefangen. Alter, ich hoffe, ich kann es einfach erzählen. Ich mach's einfach. No Name-Dropping. Aber meine Schwester. Die hatte jetzt immer mal so, immer mal, immer, 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 Mama, Mama, Maria. Ich weiß nicht, ob ich gestoppt werden soll, oder ob ich ganz aufgeregt bin. Die hat immer mal wieder so Leute gesehen, wo die gedacht hat, es sieht aus wie mein Ex. Hä, what the fuck? Das ist der. War er aber nicht. Dann auf irgendeinen Song gehört, da war ein Typ drauf auf dem Cover, ist mein Ex, ne, ist er nicht. Dann schreibt ihr Ex ihr bei WhatsApp aber so eine süße Gute-Nacht-Nachricht. Das ist so peinlich. Die so, was? Was ist denn das? Ah, sorry, sollte einmal eine jetzige Freundin gehen. Ich hab nur den Anfangsbuchstaben oben eingegeben. Die so, sie so, hat mir sofort Ick gegeben. Und jetzt ist es halt auch eine Lüge. Es ist so krass, klar. Ich weiß es nicht, weil das ist so dumm. Also dieser Typ kam gar nicht auf die Trennung von einer Schwester, klar. Und jetzt hat er direkt eine neue Freundin? Na, nicht der. Ach nein? Der andere, davor. Oh mein Gott. Also noch weit länger her. Oh mein Gott. Deshalb glaube ich, weil der ist wirklich ein feiner Kerl. Deshalb glaube ich, es ist wirklich aus wie sehr passiert. Aber ich kann es mir ja nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also früher hab ich sowas mit Absicht gemacht. Ich auch. Lass mich 14, 15 sein, vorm Rechner sitzen, ICQ. Dagegen auch. Und da wollte ich meinen Schwarm schreiben. Hab dann einfach so random, einfach wieder ins Gespräch kommen. Nee, ich hab dann erst mal Volleyball. Ach, oh sorry. So einfach nur sowas ja geschrieben. Ja, ja. Und dann kam halt irgendeine Antwort zurück. Weil nee, du musst das schon recht durchziehen. Weil du hast nicht gecheckt, dass du es eigentlich falsch bist. Ach, die ganze Zeit nicht. Und dann kam halt eine Antwort. Ja. Ich so, oh Gott, scheiße, sorry. Hä? Sollte gar nicht an dich gehen. Aber hey, wie geht's? Was machst du gerade? So war ich. Wie man so denkt, fällt nicht auf. Fällt wirklich gar nicht auf. Mir ist das aber tatsächlich letztes Jahr im Sommer super krank, Panne passiert. Oh nee, nee, nee. Oh, ich krieg gleich eine Gänsehaut. Dass ich jemanden schreiben wollte, der mit A anfängt. Hatte aber meinen Ex-Freund unter Arschloch gespeichert. Ja, ja. Und war halt, es war vielleicht schon morgens um sechs. Vielleicht. Und dann hab ich halt nicht mehr viel gesehen und hab dann irgendwie einfach nur A, weil es dann nicht viele gibt mit A, männlich gelesen. Und hab halt irgendwas geschrieben. Und dann hat halt der zurückgeschrieben. Mein Ex-Freund. Und ich so, oh nein. Das war in der schlimmsten Phase, wo ich so dachte, na klar, jetzt denkt der das ja wirklich. Und dann hat er noch geschrieben, ja, gibt wahrscheinlich viele, die mit mhm anfangen. Und ich dachte so, ich könnte dir jetzt schreiben. Du so, nee, ist A gewesen. Ja. Nee, du, ich hab dich unter Arschloch gespeichert. Arschloch 1 und es sollte an Arschloch 2 gehen. Nee, Quatsch. Aber das hab ich nicht gemacht. Ich habe das wirklich, ich habe die Scham über mich ergehen lassen, dass der wahrscheinlich bis heute im Glauben ist. Du hast nicht aufgelöst? Hä? Warum nicht? Weil das alles so peinlich war. Echt jetzt? Das war letztes Jahr Frühling, wo es mir so komisch ging. Also glaubst du, er hätte dir nicht geglaubt, wenn du geschrieben hättest? Also erstens passiert das, dann denkt er, na klar, hast bestimmt viele in deinem Adressbuch. Oder weißt du, dass ich keinen hab. Ach, es war schon frech gemeint. Naja, so und lachsmeidig, so ein bisschen drüber lustig machen. Arschloch. Nee, 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 weil ich hab die Nachricht geschickt und hab die aber ja gleich wieder gelöscht. Das darf man nicht. Das darf man nicht. So, und dann hab ich halt nur geschrieben, ja, nee, soll dann ja an dich. Ja, soll dann bestimmt an den anderen. Und daraufhin hätte ich halt schreiben können. Nee, ich hab ja unter Arschloch gespeichert, aber das wäre halt irgendwie. Ich hätte Screenshots geschickt von der Nachricht. Ich hätte mir da von der Nachricht. Also vom Chat. Ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, damit mach ich's nur noch peinlicher. Und deswegen hab ich einfach nur, ich hab einfach nur geschrieben, ja. Ja, war irgendwie auch lässig. Aber so dieses, ich hatte auch letztens eine Situation, wo ich gedacht hab, eigentlich, also da hab ich was abgeschickt, hab gedacht, hab ein Ich bekommen, krieg gleich ne Gänsehaut. Als ich's nochmal gelesen hab, dachte ich, mhm, mhm, mhm. Dann dachte ich, ich lösche das, aber da kriegt man ja immer, also mach ich ja auch, ich will ja wissen, was war denn da. So, und dann kann ich ja nur schreiben, entweder sollt ihr nicht an dich, aber da kann ich auch einfach das stehen lassen, oder ich schreibe, ich hab ne sinnlose Frage gestellt. Und dann hab ich dir einfach stehen lassen und hab fünf Minuten später geschrieben, was für eine dumme Frage, ignorier sie bitte. Und die wurde auch ignoriert. Da kam gar nichts mehr. So, aber Leute, ich bin ja eigentlich noch nicht fertig. Ja, aber bei dem Thema, ich find das trotzdem ja gut, weil wann, also ich hab ja Donnerstag, letzte Woche Donnerstag hab ich ja auch noch eine Nachricht geschrieben. War ich da dabei? Ja. Weiß ich das? Ja. Ja, weil da kam ein Like reingeflogen und da dachte ich so, jetzt, hier ist doch der Doh-Opener, jetzt kann ich nur fragen, was noch so geht. Was noch so geht. Ja, na klar. Und dann wurde ja darauf einfach nicht mehr geantwortet und ich checke das nicht. Fickst du ab. Aber ich checke auch nicht, wann kommt man endlich raus aus diesem, also ich bin, falls ihr es noch nie wusstet, ich bin fucking 30 Jahre alt. Was? Wann kann ich einfach... Ey, wow, ah, gut geholen. Wann kann ich endlich selbstbewusst eine Nachricht schreiben und sagen, ja, und dann ist es fein, wenn nichts zurückkommt. Weil andererseits würde ich mich ja auch ärgern, wenn ich nicht geschrieben hätte. Weil man ja andererseits auch das schon zu oft erlebt hat, dass man riskiert hat. Ja. Und dann ist ja was Gutes draus entstanden. Ja. So. Ich bin auch dafür, einfach immer probieren. Und ich glaube... Aber diese Scham, wenn nichts zurückkommt. Aber vielleicht musst du das auch einfach, also das ist halt nervig, aber einfach ein bisschen, muss das einfach noch ein bisschen öfter passieren. Will man eigentlich nicht, wünsche ich dir auch nicht, wünsche ich niemanden, weil es ist einfach nur scheiße. Aber dass man halt dann irgendwann denkt, ganz ehrlich, ja, dann Pech. Du, naja, ich bin jetzt in der Phase, jetzt denke ich so, Mausebein, wenn ich das nächste Mal beim Sehen ist. Und wenn ich dabei bin und ich sehe hier wieder sowas. Ja, ja. Und da kein Angriff ist, sondern irgendwie, ich merke, hier ist eine Distanz. Nee. Dann ist jetzt wirklich, ich habe zugelassen, dass hier nochmal ein zweiter Zug im Bahnhof fahren darf. Ist da ein Sick? Oh Gott, nee, das ist ganz falsch. Da ist... Oh, nee. Leute, das meine ich nie so. Nee. Nee. Mann, ich meine das so, dass man sagt, der Zug ist schon abgefahren. So, der durfte dann mal wiederkommen. Naja. An dem Bahnhof, an dem ich auch war, der nehmt mein persönlicher Bahnhof, meine Fresse. Kann ich eine kurze Sache fragen? Ich weiß, du wolltest das so nicht. Hast du ja jetzt hingestellt, glaube ich dir. Wolltest das nicht so. Woran denkst du, also was, wie wolltest du jetzt aus dem Weg schaffen? Und ich habe jetzt... Untenrum... Nee. Naja, warte mal. Nein. Mit dem Bahnhof, wo wir jetzt gelacht haben. Ich weiß, das war nicht so gemeint. Ich habe gesagt, einen Zug in den Bahnhof reingefahren. So, genau. Aber weißt du damit, untenrum? Ja. Oder untenrum und hintenrum? Weil das, glaube ich. Wieso? Deshalb war ich so wie, wow. Ach, weil ich gesagt habe, ein zweiter. Nee, weiß ich nicht, weil ich dieses Skit vor Augen habe, wie dieses... Nee, ich meinte eigentlich einfach nur untenrum, Tester. Okay. Okay, gut. Cool, danke. Falls ich jetzt rot werde, geil. Nein. Nein, wieder eine Macherin. Ist ja so. Und dieser Mann... Ich bin aber dafür, wenn er jetzt... Also, na, vorher so random geliked und dann hast du ja mitgekriegt. Ich habe das mitbekommen. Hast du mitgekriegt. So. So, und jetzt, ich meine, der hat gerade viel zu tun, weil es ist was Wichtiges. Oh, ja. Existenz. Es ist Lenni, die Existenz. Okay, sorry. So, das muss man auch so sehen. Ich wünschte nur das Beste. Aber man kann doch... Also, ich denke mir dann so, was ist denn jetzt los? Hast du jetzt Interesse oder hast du kein Interesse? Ja. Also, wir reden jetzt hier nicht von einer Bezi, Leute. Ihr müsst alle chillen. Aber dann musst du so grundsätzlich... Und egal, wie das mit Arschloch 1 gelaufen ist, trotzdem habe ich dadurch gemerkt, so, ich will nichts weniger als absolute Aufmerksamkeit beim Kennenlernen. Du schreibst mir, du zeigst mir, dass du mich kennenlernen möchtest. So, Ringe-Pies mit anfassen, mache ich nicht mehr. Ja, aber du willst ihn ja auch nicht kennenlernen. Ja, nee, so. Also, du willst ein bisschen Interesse begründen. Na klar, ich verstehe das voll. Mal ein bisschen Fuß in die Tür kriegen, schon mal ein bisschen Quatsch. Und über Text. Irgendwie kennen wir uns ja auch schon. Ja, eben. Und ich sag jetzt mal eine Sache. Ich durfte euch ja auch schon mal zusammen erleben. Aber ja, nicht so richtig. Ja, nee. Genau. Aber einmal war er wirklich komplett... Das war ja wie du gerade gesagt hast. Wir kennen uns nicht. Noch nie gesehen, die Frau. Und du auch, aber auch noch nie gesehen. Und dann hat er gesagt, sag mal, warst du gestern da? Weil ich hab irgendwie gar nichts gesehen. Oder hast du ja gesagt? Ich hab erst ja gesagt. Ich hab gesagt ja, aber nie ganz so lange. Und dann hab ich später nochmal gesagt, jetzt hör mal auf, wir brauchen uns die Bede verarschen. Die haben einfach den Moment vom Hallo sagen verpasst. Und hat er da gesagt, ja stimmt. Der so, nein, ich hab dich wirklich nicht gesehen. Und dann hab ich euch ein zweites Mal gesehen, wo ich gedacht hab, muss ich jetzt wirklich, muss ich jetzt die Lena hier nehmen, am Schlawittchen, am Kragen hinten und dich hier und euch so zusammenstecken? Was ist denn das? Dann krieg ich dann noch Nachrichten, wo wir uns schon getrennt haben. Ich denke, wie kann, also sorry, aber stell dir einfach mal vor. Das ist aber scheiße, wenn einer davon arbeiten muss. Fühl dich mal rein, wie ich wäre. Du? Fühl dich dann, also in dem Moment. Denk da, vielleicht hilfst du dir, kannst ja mal probieren, weil passiert ja eh nichts. Ich kann manchmal nicht so krassen Kopf ausmachen und das nächste Mal, also das nächste Mal könnte knallen, wenn es in einer anderen Lokation passiert. Okay, okay, okay. Wenn beide frei haben. Ja. Ja, okay. In Ordnung, da geb ich auch nochmal ne Chance. Außer, ich wurde ja eigentlich auch zum Geburtstag eingeladen. Ich weiß nicht, ob er sauer ist, weil ich... Weil du nicht gekommen bist. Ja, oh Gott, stell dir mal vor. Nein, also ich gehe so krank davon aus, dass das wirklich niemand aus dieser wirklich niemand hört. Aber wenn, ist jetzt alles vorbei. Dann hab ich aber... Ach, Quatsch. Jetzt kommt mal ein innerer Demon raus. Was ist das denn? Wenn das irgendjemand aus der Bubble hört, dann soll er jetzt mal Marschblasen hintenrum... Marschblasen. Soll jetzt mal losmachen. Ist doch Quatsch. So, ich wollte es dir aber eigentlich erzählen, wollte. Klassentreffen. Nee. Dort waren wir mal. Ja, da war ich schon weg. Okay. Ich war eigentlich jetzt noch, dass sich ja hier vom Universum irgendwas connected. Ja, ja. Weil das war die Geschichte erst mal mit dem Videografen. Dann mit meiner Schwester. Also das ist jetzt nicht chronologisch. Dann willst du nochmal die von dir erzählen? Ja. Ja, also ich hab mich an einem Sonntag, war das vor zwei Wochen? Nee, nee, letzte Woche. Also jetzt nicht der Sonntag, der vor ein paar Tagen war, sondern davor der Sonntag. Ihr wisst, ich bin Rumziehbesen. Aber da hab ich gesagt, Leute, ich muss heute mal chillen. Ist so. Ich kann leider nie auf jede Hochzeit tanzen, weil ich hatte gestern erst inne. Ja. Und bei dem Open Air kann ich jetzt nie mitkommen. Und dann hat mir eine Freundin ein Foto geschickt, wer dort noch rumtänzelt. Mit einer Frau. Wo ich so dachte, Alter, alles richtig gemacht. Dass ich nicht da war, weil wirklich gar keinen Bock auf die Fresse gehabt. Wäre so Weibkill. Das wäre kompletter Weibkill. Ja. Ja. Ja, Brother. Ja, Brother. Und dann guck ich, weil ich übrigens brauche ich immer noch eine Karte für Glüsow. Am 10.8. Meldet euch doch bitte mal. Falls ihr eine abgeben wollt, ich brauche die wirklich ganz dringend. Und dann wollte ich halt bei Facebook gucken in diese Veranstaltungsseiten. Und da gibt es ja immer nochmal so ein Diskussionsfeld. Aber da sind ja nur noch Fake-Accounts. Nur noch Fake-Accounts, die abziehen. Du kannst ja Facebook gar nicht mehr vertrauen. Fand ich krass. Krass, krass. Und bin dann auf mein Messenger gekommen. Und ich habe dir erzählt. Und ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt. Ja. Dass der Typ, mit dem ich mein erstes Mal hatte, dass man sich auch irgendwann aus den Augen einfach verloren hat. War der immer noch eigentlich da so in unserer Gegend wohnt, wo wir halt herkommen. Und gefühlt jedes Schwein von uns, den sieht aber ich seit sechs Jahren oder sieben Jahren gar nicht mehr. Nicht ein einziges Mal mehr. Man kriegt immer mit, was bei dem so abging in live. Und ich war so, hä, Alter, warum sehe ich denn den immer? Hast du den bei Insta eigentlich? Nee, der hat früher damals schon übrigens zu mir gesagt, Lena, du wirst mal irgendwann so eine kleine Frau gelude wie ich oder so. Und da hältst du dich hier so über A bis Z-Promis. So? So. Bist du hier bei uns irgendwo unter den Viewern? So. Und dann war das der erste Schreber im City Beach. Und dann sagt ein Kumpel zu mir, hast du eigentlich gesehen, wer da ist? Ich so, wer? Na, der und der. Ich so, nein. Schock. Ich so, willst du mich verarschen? Warten hast du den gesehen? Vor zwei Stunden. Ich so, bist du doch? Du weißt doch, dass ich das immer sage, dass ich das mal krass finden würde, den wiederzusehen. Fünf Minuten später, mein Kumpel weg, tippt es mir auf die Schulter, steht er da. Ich mich habe Panik gefreut, so ein bisschen wie so ein Fanke. Ja. Was gar nicht cool ist, weil ganz ehrlich. Man muss immer noch mal in seine Vergangenheit gehen, wie hat man die abgespeichert? Weil cool war es, nee. Cool war es, nee. Hat man schon ein paar Traumas. Traumata. 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 Traumata davon getragen, hä? Ja, definitiv. Wirklich definitiv. Und jedenfalls habe ich mich dann aber da irgendwie gefreut. Und dann habe ich nach so Panik gesagt, ja, wir haben ja, hast du noch die Nummern? Ja, wir haben noch die Nummern. Ja, dann lass mal irgendwie schreiben, weil der hat auch gesagt, dass er jetzt oft in Dresden wieder feiern ist. So. Nicht, dann habe ich es irgendwie auch den Moment wieder verpasst, da zu schreiben, weil ich dann habe ich dir ja auch erzählt, dass ich es Panne fand, wie ich da gefangirrt habe. Naja, ja. Habe und gucke jetzt jedenfalls in diesen Messenger. Und da steht Ende Mai, ja, mein ganzer Name, ba, 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 hallo. Sag mal, irgendwie hatte ich die Erinnerung, dass du da zur Stadtbatteröffnung Geburtstag hast. Und war das nicht jetzt irgendwie? Naja, jedenfalls alles Gute zum Geburtstag. Und ich habe das ja im Juli gesehen. Ich so, äh? Alter. An diesem Sonntag schreibe ich den zurück? Und ich so, ja, hast du ganz recht? Und ba, 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 so irgendwie jetzt erst gelesen. Wahrscheinlich vor zehn Jahren ist das jetzt mal ein Messenger gewesen. Und er so, ach krass, ja, ich war heute beim Open Air und dachte mir noch so, man, mal gucken, ob ich die Lena sehe. Und ich so, nein, bei dem und dem, ja, ja. Ich so, alter, hä? Hä? Es ist einfach nur crazy. Also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob hier, also ob wir getestet werden sollen, ob wir auf irgendwas vorbereitet werden sollen oder sonst irgendwas. Ich erzähle jetzt auch einfach noch, dass ich, ähm, ja. Ist dir noch was eingefallen? Naja, was ja dann auch so komisch ist, dass dann hier vom Arschloch-Ex mir jemand ja dann auch in die DMs, der dann auch immer so übelst lieb ist. Und ich denke so, Mausebein, ich weiß, dass der gerade eigentlich in der Kennenland ein Mädel, die ich auch kenne, das ist ja sowieso das Geister. Und Tessa und ich ja glauben, die checkt es nicht, dass ich die Ex-Freunde bin. Ähm, so, es ist so strange. Und wenn, und wenn die es weiß, ist es auch weird, weil die liked einfach Bilder bei mir. Oder sie ist einfach healthy girl. Nee, ist sie nicht. Aha. Und dann wird mir da halt in die DMs gelegt, so nach dem Motto, ja, man, irgendwie so ein bisschen, fehlst du mir und du siehst immer gut aus und ba, 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 ba. Und ich denke so, äh? Es ist so krass. Und ich hab, ihr habt ja jetzt vielleicht schon, wenn ihr die Storys seht, Nena hat ja schon zweimal versucht, mein Tinder-Profil zu leaken und irgendwie mal zu gucken, was da so geht. Ähm, ich habe dort auch jemanden gesehen, den ich aus meiner Heimat von vor zehn Jahren kenne. Zehn Jahre, wenn nicht sogar elf, zwölf. The one that got away? Nicht the first crush. Nee, aber du hast gesagt, the one that got away. Naja, so, ja, so richtig ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hattet ihr mal richtig was? Oder war es immer nur so crushy? Wir hatten schon richtig was. Aber jetzt halt nicht auf Kennenlernen. Aha. Ah! Ja, ja, ja. So, also es war wirklich, also jetzt aber auch so ein Typ, wo ich so dachte, naja, ich war da 18, 19 so, sag ich mal so. Hab vielleicht jetzt da auch nicht die beste Zeit gehabt. Kann man es auch einfach mal ganz klar so sagen. Auf jeden Fall sehe ich den da und dachte, okay, naja, what are you odds? Ich bin ja da wirklich, mir ist ja alles scheißegal. Ich swipe ja alle nach rechts, die ich kenne. Ah, nee, nee, das stimmt nicht. Auch viele, wo ich gedacht habe, nee, das wäre komisch. Gleich nach links. Sagen wir mal ungefähr Rhythmus. Wie bei dir Ja und Nein. Insofern bei mir war immer Nein, 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 ja, nein, 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 aus, nein, 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 ja, nein, ja, nein, nein, nein. Okay, gut, okay, gut. Weil es ist selten. Es ist so, dass du auch bei Tinder-Locco-Valien unterwegs bist und sagst, Alter, ey, komm, nee, komm. Nee, weil ich bin. Einfach mal machen. Nee, weil ich suche ja niemanden fürs Dating. Ja. Da bin ich ja noch überhaupt gar nicht für ready und will ich auch nicht. Hast du das auch in deine Bio geschrieben? Ja, ja, nicht in die Bio, aber du kannst mittlerweile angeben, was du suchst, 11 plus. Nichts Ernstes. Nichts Ernstes steht da. Und deshalb sind meine Likes auch relativ, also sind auch Boys dabei, die sagen, ach, ihr seht wirklich süß aus und seid bestimmt ganz lieb. Aber wenn wir uns jetzt irgendwie kennenlernen, treffen sollten, ist das, glaube ich, nicht gut für dich. Weil you will fall in love. So. Naja, auf jeden Fall sehe ich den da. Und habe ihn nach rechts geswiped. Match. Wow. Okay. Erstmal kurz gewartet. Nachricht drin. So schnell? Naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber war auf jeden Fall drin. Und kam so, wie habe ich das Gefühl, ich kenne dich. Ich so, ja, vielleicht von Insta. Also es war schon aber ein Joke. Doch, doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Also habe ich einfach so angenommen. Weil ich habe dann auch einfach gefragt, Alter, wie lange ist das her? Also nachdem wir so zwei, dreimal so ein bisschen auf Joke so, ja, vielleicht kannst du mich von Insta ab in der Influencerin. Ich habe nicht geschrieben, aber so. So. Und dann habe ich gefragt, wie lange haben wir das nicht gesehen? Zehn Jahre, was wird es sein? Blablabla. Und er wohnt ja auch hier seit... Er ist ja erst 20, also wird es wohl zehn Jahre sein. Ja. Er wohnt ja aber auch schon sechs Jahre richtig hier. Und acht Jahre so, also die ersten zwei Jahre so. Und auch noch nie über den Weg gelaufen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn einmal gesehen. Hier bei der Arbeit. Weil er hier Freelancer war. Aber halt das ist so. Ey, halt das Maul! Und er hat mit einem zusammen gewohnt, der hier mal gearbeitet hat, auf dem ich mal kurz einen Workcrush hatte. Ey! Hör auf! Naja, auf jeden Fall. Hey! Long story short. Yeah! Yeah! Long story short. Naja, hat er ja auch noch meine Nummer eingespeichert, so wie ich. Never lose your hope, guys! Aber wie gesagt, ne? Erstmal schüttelig, ich habe diesen mal zehn Jahre nicht gesehen. Ja, du bist auch total schüttelig, man merkt das. Nee, ich bin so aufgeregt, weil... Dass er immer noch von vor einer halben Stunde da mit einspielt, dass das Universe hier gerade irgendwas macht. Ist ja gerade was. Und wenn ihr den Podcast hört, haben wir ja wahrscheinlich, ihr habt es am Anfang rausgehört, Partygirl-Era ist drin. Ich hatte recht, mit meinem Zwei-Wochen-Rhythmus, Tessa will Freitag wieder loslegen und da steht was an. Ja, vielleicht. Also wahrscheinlich. Wo die Chancen sehr hoch sind, aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt rausfordern und es deswegen nicht passiert. Nee, wir gucken einfach, was geht, wir gehen da hin. Soll ich nach anderen Leuten fragen? Ja. Okay. Oder? Aber wenn die cool sind. Und wenn das da, aber noch nicht so zeitig, wollen wir ja trotzdem erstmal Neustadt zu in zwei Stunden? Ja, da kannst du sowas von lösen. Okay, gut, 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 gut. Und dann fahren wir da hoch und gucken, was geht und fahren sonst wieder runter, wenn es scheiße ist. Ja, ja. Und wenn gar nichts geht, machen wir Samstag nochmal. Ja. So Leute, ich wollte euch eigentlich, also nochmal der Reminder, ihr habt ja jetzt gehört, was bei uns und in allen Lives hier irgendwie so abgeht, dass sich irgendwas connectet. Ja. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, weder meine Schwester noch du noch ich legen hier Hopes in irgendwas. Nein. Um Gottes Willen, es ist einfach nur crazy, dass wir diese Leute tausend Jahre nicht mehr gesehen haben und bei uns allen individuell irgendwie so eine Reconnection stattfindet, wie auch immer die aussehen machen, worum man das hinführen mag. Alles offen. Und ich möchte wissen, ob ihr auch sowas habt oder eine Freundin. Ja. Ich will wissen, ob das allgemein in der Luft liegt. Ja, oder ob ihr vielleicht auch so ein bisschen so eine, wie nennt man denn sowas, ist das Astrologie oder Astronomie? Oder gar nichts davon? Was sag ich weiter? Spirituality. Na, irgend so eine Person, die so weiß, Alter, hier Mars geht wieder in Jupiter rein. Da geht er rein, da ist er drin. Ja. Alter, holt euch mal die Coaster-App. Das steht hier, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier nachgucke, steht das ja auch alles da. Echt? Was hier gerade ist. Ja, aber ich gucke ja immer nur Your Day at a Glance. Ja. Naja, und da fand ich ja vorhin schon wieder geil, was bei mir da stand. The beginning of everything. Alter, so krank. Und da bist du ready für? So sehr. Leute, eigentlich haben wir gedacht, wir haben überhaupt gar keine Themen für euch, deshalb bin ich froh, dass es bis jetzt so lustig war. Alter, ich habe jetzt gesehen, hier steht ja dann noch drunter was. Was hast du mal erklärt so ein bisschen? Und dann steht, today something significant will happen that will turn your understanding of the universe upside down. Hold on to your convictions and fasten your seatbelt. Oh, yes. You were right to be wrong, but you were still wrong. Was? You were. You were right to be wrong, but you were still wrong. Check it. Ich habe gesagt, ist ja vorbei. Bist ja nicht mehr wrong, bist ja jetzt right. Wenn ich mir jetzt die App runterlade, kriege ich da andere Sachen? Ja, ja. Also ist das so wegen Geburtstag und so ein Kram? Ja, 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 hier steht ja mein Sternzeichen, mein Wohnzeichen, mein Ascendent. Oh, Mann. Und dann hast du hier deinen Chart, wie du, was du noch alles so drin hast, irgendwie mit Scorpio und das check ich halt nämlich Pluto und Co. Ja, aber da kommen ja wieder die ganzen Nachrichten rein, was ich für eine schlimme Person sei. Aries. Taurus bin ich halt, Jiminy, Cancer. Ja, hier steht irgendwie ein Haufenzeug drin, aber brauchst du halt jemanden, der das interpretieren kann für mich. Genau. Ich bin's nie. Ich bin's auch nicht. Aber der, der, der Glanz, halbt mich immer wieder ab. Ja, das finde ich gut. Keiner Reminder. Finde ich gut. So. Klassentreffen. Ja. Hast du bald? Ja, steht zumindest irgendwie an. Also es gibt eine Gruppe, hab letztens schon gedacht, ich hab's verpasst, weil solange nichts mehr in dieser Gruppe geschrieben wurde, hab ich dann gesehen, es ist erst November. Okay, chillen wir mal kurz. Ich hab das Gefühl, ich muss das mal machen, weil ich hab noch nie ein Klassentreffen. Und bei mir ist jetzt bei der einen Schule schon 14 Jahre her. Hm. Bei der anderen wird's, glaube ich, auch nie passieren. Aber das war mal nach fünf, nach fünf Jahren war das mal geplant und dann hat es irgendwie nie hingehauen, hat irgendwas nie gepasst. Und dann erzähl ich ja immer von dieser einen, die ja immer noch rumfilmst, die ja dann, da war ich nämlich wieder in Dresden und dann stand das nächste, glaube ich, an, das zehnjährige und dann hat jemand gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich der Lisa unter die Augen drücke. Und ich denk so, Maus, also hast du immer noch nicht gerafft, dass einfach nur alles Kindergottenscheiße war früher? Meine Güte, ja, ihr wart gut befreundet, aber wie sehr bist denn du gewachsen eigentlich? Und die ist ja jetzt mit jemandem zusammen von früher aus der Schule, wo das, finde ich ja das Krasse, das ist so geisterkrank, wenn du aus so einem Dorf kommst oder einer kleinen Stadt, dass du dann, was sich dann für Leute zusammentun, die nie weggezogen sind, wie die zueinander finden. Die, die jetzt zueinander gefunden haben, haben sich, glaube ich, früher mit dem Arsch angeguckt. Das ist krass. Und, ähm, süßes Kappel, glaube ich, also passt, aber die hat mich ja auch, die ist mir ja auch entfolgt. Und da sag ich euch, Leute, das ist dann sowas, dass sie dann aber so ist, so wie, ich kann das nicht mehr sehen. Weil die auch immer so einen Konkurrenzkampf ab der fünften Klasse mit mir hatte. In jeder Scheiße. In jeder Scheiße. Ja. Na, dann ist ja besser, dass du dir entfolgt hast. Ja, ich folge deiner. Ich glotze. Sehr geil. Wollte mal kurz davor, noch ein Like da zu lassen. Du bist wirklich, du bist evil. Naja, also ich hatte... Ich hatte ja keinen Stress mit dir. Ja, aber du machst ja jetzt nochmal Stress. Nö. Pff. Also ich hatte schon mal... Kaust du hier da sitzen? Nö. Nö. Ich hatte schon mal ein Klassentreffen, aber ich kann mich irgendwie so vage dran erinnern, aber von der Grundschule und da weiß ich noch, dass meine... Von der Grundschule? Mhm. Und da weiß ich noch, dass meine Lehrerin aus der Grundschule auch da war. Das war richtig crazy. Stopp, mal verwechselst du das gerade von der Grundschule? Ja. Jetzt macht ihr hier die Kommis voll. Wer nach der Grundschule mal ein Klassentreffen hatte, kenne ich gar nicht. Da waren ja auch nicht so viele da, aber... Naja, bei uns geht ja auch die Grundschule bis sechste Klasse. Ach so. Also es ist ja auf... Man ist ja dann trotzdem irgendwie schon zwölf und so. Nee, bei uns ist von der ersten bis zur vierten. Ja, eben. Deshalb war das glaube ich okay so. Ich check das nicht. Es war halt lustig, dass die Lehrerin noch gelebt hat, habe ich gar nicht gerafft, ehrlich gesagt. Aber ich check das nicht, dass einfach so zwei Stunden weiter das Schulsystem einfach so ist, dass die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht. Weil das ist irgendwie so Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn, dass sie nur bis zur vierten geht. Ja, aber wie dann eben, das meine ich ja, wie dann der weitere Schulverlauf ist. Wusste ich auch einfach nicht. Weil dann wird ja einfach entschieden, du Gimmi, du Mittelschule, ja hättest mir dann mal noch zwei Jahre in meiner Entwicklung gegeben. Ja, ja, eben. Also bei uns gab es auch die Option, dass man nach der vierten schon wechselt, aber da gab es irgendwie nur zwei Gymnasien, die das quasi angeboten haben, für so ganz Kleine dann in dem Fall. Und es war nicht das, wo ich hin wollte. Also habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Das sind wir dir, my friends. Haut mal bitte wirklich in die Kommentare rein, aus welchem Bundesland ihr kommt. Reicht ja Bundesland. Reicht. Ja. Und was so Besonderheiten bei euch, ich meine, es gibt ja jetzt hier noch 13 Jahre oder 12 Jahre Schule, blablabla. Aber hat sich das nicht bundesweit verändert ab irgendeinem Jahr? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich bin alt. Weil bei uns gab es auch auf jeden Fall noch, also die eine Klasse über mir waren die ersten, die nur 12 Jahre hatten. Und die fanden es scheiße, dachte ich, toll. Bei uns gab es nur 12 Jahre. Bei uns gab es nur 12 Jahre. Ach so, na dann ist es vielleicht doch nochmal anders. Also war natürlich geil, dass man irgendwie zeitiger raus ist, aber war halt dann auch ein bisschen nerviger, weil die in der 13. haben immer gesagt, das ist übelst chillig. Das 11. Jahr war eigentlich nur so Wiederholung und nochmal so richtig auffrischend, dass man es wirklich auch gecheckt hat. Fällt halt dann weg, wenn du nur 12 hast, hat irgendwie genervt. Aber ich habe es ja trotzdem geschafft. Jetzt nicht super geil, aber juckt. Guck mal, hier bin ich. Hier sitze ich. Ich entertaine euch. Es ist so. Haut auf jeden Fall rein, was da so bei euch los war. Ich meine, wir können das fast jetzt noch weiter aufmachen, aber da rege ich mich immer weiter auf, dass andere Leute einfach Mathe-Abi abwählen können und ich mich mit denen auf den gleichen Studienplatz bewerbe. Also ja, du musst wohl spinnen, musst du wohl. Du musst wohl richtig spinnen, du. Naja, auf jeden Fall. Ohne Mathe-Abi hätte ich auch einen besseren NC gehabt, du. Das glaube ich. Das sag ich dir wohl. Das glaube ich dir sofort. Ja, Klassentreffen, ich weiß nicht so richtig, also irgendwie habe ich ein bisschen Bock drauf, aber ich habe schon auch in der Gruppe, also es ist halt von der ganzen Stufe, also drei Klassen. Das ist ja klassisch. Ja, ist besser als nur die eine, aber ich war halt meiner Meinung nach in der coolsten und ich weiß halt nicht, wie viele von der coolsten kommen. Das muss ich da nochmal mir anschauen. Aber vielleicht sind ja auch Leute cool geworden. Also ich würde das, wenn das jemand bei uns auch gar nicht sieht, ich würde immer hingehen. Ja, vielleicht sind welche cool geworden. Irgendwie ist es dann doch ganz geckig. Allerdings lese ich ja, wie da geschrieben wird, ich sehe die Profilbilder, es ist wirklich alles, also es ist alles in Ordnung und ich verurteile die um Gottes willen nicht, aber das ist so krass, also ich habe so ein krass anderes Leben als die. Aber dann geh hin und dann hast du hier was zu erzählen. So müssen wir ja auch denken. Ja, mal gucken. Ich hoffe einfach, das weiß jemand und ich werde darauf angesprochen, weil ich kann sowas nicht von mir aus erzählen. Oh Gott. Das finde ich ganz cringe. Ich kann das auch nicht mehr. Nicht mehr? Ich sage dann einfach, ich arbeite dort und dort, aber nicht in der Redaktion. Same. Wollen wir hier nochmal, ich habe ja hier die ganze Zeit auf, Spicy Questions. Na, du willst es doch. Also. Wir gehen rein in die Spicy Questions. Wir gehen gleich in die erste Frage rein. Lena, würdest du lieber den ganzen Tag mit so ein bisschen sexy Texts, also nicht so krank und ich, weil wenn da dann drauf ist, nackt, sage ich, möchte ich eigentlich lieber in echt sehen und das, also ich kriege, das macht gar nichts mit mir. Wenn man wirklich null und ich bin auch so vertraust, wenn ich gefragt werde, ob ich mich wohl habe und ich sage es euch so wie es ist, könnt ihr mir glauben. Ich habe noch, doch. Ich habe noch nie so ein Foto verschickt. So. Doch? Noch nie. Hä, hast du nicht gerade doch gesagt? Achso, doch, als noch nie. Was? Du hast gerade gesagt, ich habe noch nie doch. Ja, 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 ich wollte nochmal kurz überlegt. Du hast dich nur rückversichert. Habe ich noch nie, noch nie so ein Foto verschickt, genauso wie ich noch nie in die Dusche gepisst habe. Es ist so, ich finde das beides, naja, naja, Tessa, ne? Du hast beides schon gemacht, das sehe ich an deinem Blick. Ja, vielleicht. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Letzteres. Es ist halt, es, ja, ich war jung, also. Warst du dann nur oben verschickt oder alles? Es kommt die nächste Frage. Hast du richtig unten geschickt? Also, nur weil ich das nicht mache, weil ich sage euch, ich bin da geprägt, weil bei uns auf der Schule gab es damals eben einen Vorfall von einer und das ging über ICQ rum und bei ICQ hat es dann nur noch solche kack Bildbearbeitungsprogramme, wo auf einmal so ein Afro drauf war oder so ein Krauss vom Dachhut so und dann wurden die ein bisschen verunstaltet und auch die normalen Bilder hingen einfach im kompletten Schulhaus rum. Ach krass, die hingen da? Die hingen dann auch rum. Boah, ich hoffe, der Typ, der die gekriegt hat, hat sie weitergeleitet an jemand anderen. Das ist richtig freudig. Genau, und deswegen, weiß ich nicht, war ich da so auf gar keinen Fall. Nee, trust no one. Ja. Und wenn ihr das aber macht, ist da, ja. Kann auch jeder machen, wie er will, aber Lena hat schon recht, passt da bitte auf, ihr müsst euch wirklich richtig safe hören, wenn ihr jetzt mit eurem, in eurer Bezi da mal, keine Ahnung, weil der Baujahr auf Montage ist oder sonst wo, oder ihr seid auf einer Dienstreise und dann schickt ihr einfach ein paar sexy Fotos. Ja, ich meine, deswegen wurde da auch nochmal Snapchat so gehalten, weil du da ja diese paar Sekunden da irgendwie nur einstellen kannst. Jetzt bei WhatsApp kannst du ja auch nur einmal Ansicht und so, da wird ja auch gezeigt, ob du ein Screenshot hast. Ja, auch bei WhatsApp? Ich meine, ja. Das ist gut für mich zu wissen, danke dir. Okay, zweite Frage, würdest du lieber in einem Kino rummachen oder auf der Rückbank von einem Auto? Rückbank. Hast du schon mal in einem Kino rumgemacht? So richtig? Richtig, richtig? Nee. Also richtig meine ich so mit halt Knutschen. Ja. War geknutscht, aber irgendwie, da musst du dir ja wirklich so einen Paarsitz holen, weil ansonsten hast du diese komische Lehne, die immer so ein Stückchen zu breit ist, zum Schillen ja geil. Aber dann da so rummachen, da ist Rückbank ja wirklich geiler. Ich hab noch nie im Kino rumgemacht, aber weil ich es auch irgendwie nicht fühle. Also wenn man ganz alleine ist und oben, klar, aber ich geh ja nur ins Kino. Du sprichst mir aus, dass der in die Lied gekommen ist und sagt, wie pervers, wie ekelhaft. Es ist ekelhaft, wie kann man denn sowas machen? In der Öffentlichkeit. Also nee, bei Kino denke ich so, es ist teuer, ich will die Snacks essen und ich bin ja hier, ich gehe selten ins Kino, um wirklich den Film zu sehen. Ja. Kommt natürlich drauf an, mit wem man da ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber natürlich in der Karre dann lieber, hä, ja, komm, komm noch ran jetzt. Ja, da ist der Vibe ja ein ganz anderer. Komm noch ran. Ja, als wenn ich da irgendwie so einen Kriegsfilm gucke und dann mach ich da rum, nee, nee, nee. Also mein Move ist eigentlich auch, bei welchem Film könnte man denn gut rum machen? Das Film auch einfach. Welcher Film? Wiss ich nicht, so eine Komödie, so eine Rom-Com. Also ich hatte mal ein Date damals, da war Justin Timberlake mit Mila Kunis. Kunis! Ist doch Kunis, oder? In der Augen, weißt du nicht, Mila Kunis? Mann, ist doch egal. Scheiß doch drauf. Und da kam Freundschaft mit gewissen Vorzügen raus und der hat mich versucht, im Kino zu küssen. Habe ich abgeblockt, war er sauer. Pfff, aber boy, I was only 15. Ah! Na, na, na. Ähm. Ei. Okay. Weißt du nicht, ich weiß nicht, wie tief wir reingehen wollen. Mach mal. Dann sag mal ja, nein. Hättest du lieber ein Quickie am Morgen oder eine lange Session at 9? Frage 3. Äh. Also sorry, Maus, also bei der Frage denke ich so, Quickie am Morgen oder lange? Ich will Quickie abends. Achso. Und eine lange Session am Morgen? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin keine Morgenfrau, was das angeht. Weil ich dann so denke, es wäre schon cool, wenn man das Innenleben kurz mit Zahnbürste gesehen hätte. Ja. Ja, so geht's mir auch. Aber so, wenn man jetzt so am Wochenende... Ganz ehrlich, wir wissen alle, was eigentlich am geilsten ist, wenn du so random nachts aufwachst. Das. Das hättet anders. Das eigentlich. Anders krass. Das muss auch keine lange Session sein, sondern so gefühlt um 12 eingeschlafen, um 12 aufgewacht. Naja. Komm mal kurz. Komm doch mal jetzt mal ran jetzt. Ja. Ja, sehe ich. So weiter bitte. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob meine Tante den auch hört. Oh. Du hörst jetzt weg. Du hörst aber jetzt sowas von krass schnell weg. Ich gucke mal. Hä? Was ist denn das? Die Fragen sind ja so lol. Würdest du dich lieber so anziehen, so Roleplay-Style? Kannst du ja für dich jetzt entscheiden, was? Weil es gibt ja verschiedene Rollenspiele. Oder würdest du gerne Schlagsahne mit ins Bett nehmen? Naja, bist du so eine Schlagsahne? Nee, ich glaube, dann mag ich lieber Roleplay. Richtig mit anziehen, also mit, ähm, ähm, äh. Ja, was? Denkst du mir aus? Ja, ja, aber hier steht Dress Up. Ja, aber ich mache ja kein Cosplay draus. Gibt's auch. Ja. Wir schämen euch nicht für euren Kling. Nein. Macht das ruhig, wenn ihr das wollt. Aber, ne, ja, aber Cosplay ist ja nochmal was anderes. Machst du ja für diese, für die, für die Messen. Aber würdest, also, ja. Die sind ja schon Festivals mittlerweile. Bestimmt. Da sind ja manche wirklich krass. Das ist crazy, ja. Aber ich meine jetzt, fürs Bett mache ich jetzt kein Cosplay-Kostüm. Ja, aber würdest du jetzt, wenn jetzt der Boy sagen würde, ich fände das so sexy mit so Lehrer-Style, Lehrerin, würdest du ihm dann so ein kleines Rock anziehen? Da muss ich, irgendwie ist es so ein bisschen cringe. Also, wenn ich da betrunken, also nie betrunken, wenn ich was getrunken habe, dann kann ich das durchziehen. Aber Sahne finde ich immer, das wird so romantisch wert. Das ist irgendwie so. Dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Dann ist zu viel. Dann kriegst du erstmal nur so Flüssigkeit. Die runterläuft und auch immer kommt so ein Fladen raus. Nee, gibt mir beides ein bisschen Fassig. Nee, ja. Also dann auch lieber Roleplay so, aber da gibt's auch für mich Grenzen. Ja. Und die sind leider ein bisschen, also die sind weiter unten als bei anderen Filmen. Äh, nee, weiter oben. Ja. Lieber? Oh, lieber. Oh, lieber. Sammel dich. Das hier, Blindfold. Ja. Augenbinde? Augenbinde oder Handschellen. Oh. Augenbinde. Hm, ich auch. Das Ding ist. Das kippt anders. Auch beides natürlich nur mit wem, wo man sich wirklich safe fühlt, aber ich finde Handschellen, also kann auch geil sein, aber ich kriege ganz schnell. Bestenfalls hat er das ja so, beide Hände oben, mit seiner Hand. Ich habe gar keine Handschellen. Ne, aber wenn ich jetzt richtig Handschellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, Handschellen am Bett, von mir aus können wir machen, aber ich bin dann auch ganz schnell, ich muss mich bewegen, also ich merke dann, wenn ich die ganze Zeit so bin, höre natürlich, mich nervt das dann, ich will hier raus, also ich kriege dann so Beklemmungen. Ich möchte raus hier. Ich muss raus. Und beim Blindfold mache ich manchmal. Ich finde, das klingt schon ein bisschen krasser, wenn du nichts siehst. Außerdem will ich meine Hände auch benutzen. So, weiter. Oh yeah. Was ist denn das? Okay. Also, wie ich ja wirklich gerade damit hat er das Wort Vorspiel zu sagen. Warum? Wiss ich nicht. Wirkt es patty? Also lieber, nee, 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 nee. Lieber Vorspiel für eine Stunde? Eine Stunde Vorspiel oder gleich Sex haben? Gleich. Echt? Hm. Alter. Bei mir? Ich chill erstmal eine Stunde. Kannst du das mal machen. Ich weiß, dass das unbedingt... Nicht immer, aber. auch geil, also so, ne, gut sein kann. Aber ich hab da ja... Also eine Stunde, nee. Ja, eine Stunde ist schon viel, aber das... Nee. Ja. Also dann, naja... Ich steh ja nie auf alles. Ja, ich liebe das. Aktiv, passiv, let's go. Okay. Uh. Würdest du lieber eine sensual Massage bekommen? So ein bisschen. Oder lieber so... Bonding. Bubble Bath. Bonding. Bondage. Also nochmal. Würdest du lieber... Nee, Massage. Zusammen baden nervt mich eigentlich auch. Ja, kann ich nicht gebrauchen. Meine Badewanne ist zu klein. Es ist auch wirklich nie so bequem, wie es aussieht. Hört auf. Hört auf. Dann hockt man da so. Hört auf, das in die Welt raus zu posaunen. Dann ist ja, bin ich halb oben kalt. Ja. Irgendwie die Knie, das ist mir alles nichts. Und ich bin, ne, ich bin Varnierungsprofi. Ja, das stimmt. Ich kann das nicht gebrauchen. Dir macht keiner so schnell was vor. Und du weißt auch, was dir dein eigenes Bad geben kann? Ja. Nämlich Entspannung. Und das kann du zwar zu zweit? Nee. Auf keinen Fall. Es ist so. Nee, und liegst du so, dann musst du dann gucken, oh nee, jetzt ist das Ei, jetzt ist aber der Kock. Äh. Ah, du Zwingen, bist du da dran? Oh, dann geh raus! So, ja. Dann lass mich alleine baden. Ah, 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 ah. Okay. Oh. Würdest du lieber einen Liebesbrief schreiben mit so kleinen versteckten Botschaften? Oder straight forward eine sexy E-Mail? Äh. Oder ein Fax. Oder ein Fax. Oder ein Fax mit, ähm. Wir nehmen jetzt mal die E-Mail, aber als WhatsApp, wollen wir es mal so aussehen? Oder wenigstens SMS? WhatsApp. WhatsApp. Dann, ähm, SMS. Äh. Oh, Mann. Dann WhatsApp. Oh, das interessiert mich jetzt auch bei dir. Nicht, weil ich das vorhabe, aber lieber Eiswürfel, so, beim Game, oder warmes Wachs. Oh. Das ist schwierig, ne? Oh. Ja, ja. Scheiße. Ne, ich glaube, dann Wachs. Ich glaube auch, weil bei Eiswürfel, ich weiß ganz genau, wenn es jetzt, also, wenn ich nüchtern bin. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie sonst ein Eiswürfel dann nochmal, wenn man Hacke ist, ins Spiel kommt, aber you never know. Ähm, und dann kommt so. Direkt im Club aus dem Getränk. Ja, kommt er mit dem Eiswürfel. Ich weiß ganz genau, ich wäre so. Ja, mach. Mach still. Mach still. Es wäre mir zu kalt. Will ich nicht. Will ich nicht. Ich lasse meine Antwort so stehen. Okay, okay. Mensch, Tessa, dass wir uns so auf so einer Ebene nochmal kennenlernen, he? Das ist so. Ih, was ist denn das? Was wird denn das jetzt? Würdest du lieber... Die Hörer gerade, während du die Fragen vorliest. Ih, was ist denn das? Nee, Leute, hört doch mal zu, was ist... Also, es fängt ja mit Dirty, Sexy Questions an. Und jetzt kommt ja, würdest du lieber so ein Horrorhaus zusammen dir erschließen, angucken? Oder würdest du lieber in einem Maisfeld verloren gehen in der Nacht? Nee, das auf gar keinen Fall sind die beschissen. Ich komme beides Hölle. Also, bei uns war dahinter immer Feld, das war das Ding. War da Maisfeld bei euch? Ja. Oh, der ist so krank Schiss. Und ich habe auch mit meinem Papa und so haben wir immer mal so Nachtwinderungen gemacht und das eine Mal hat er halt vergessen, die Taschenlampe mitzunehmen. Und wenn du halt übers Feld rennst, dann musst du schon irgendwie was machen, dass der Jäger nicht denkt, dass du gerade ein Reh bist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich bin früher geflitzt wie ein junges Reh. Oh Gott, das wird ja schlimmer noch. Und diese Häuser liebe ich. Das habe ich doch. Ja, das weißt du doch. Ich bin ja immer in der Freistunde in solche verlassenen Häuser. Und jetzt sicher zu Corona-Zeiten sind wir da auch in so einer, sind wir in der Altypsychiatrie. Ich aber nicht. Und in so einem Kinderkrankenhaus. Also ich habe da auch so ein bisschen eine Obsession für, aber ich habe zu viel Schiss. Das Kinderkrankenhaus war so geisterkrank, weil du hattest solche krassen Gänge darunter, die halt, wo wir halt so waren, Alter, ja, wegen Krieg und also so solche Tunnel-Dinge. Fällt mir gar nicht. Fällt mir richtig unterirdisch. Ich habe einmal so eine... Also alleine würde ich das nicht machen. Ich habe einmal so eine, wie heißt denn das, Geocaching. Geocaching? Ja. Gemacht. Aber zu viert, habe ich euch auch schon mal erzählt, muss ich euch nicht so ins Detail gehen. Das war auch nachts, es war ein Halloween, also deshalb haben wir es nachts gemacht. Und es war auch unten in so einem Bunker, da waren, der war riesig, da waren so ganz große Tanks, weiß nicht, was da früher drin war, gelagert. Und es war, glaube ich, in Tschechien. Oh ne, das Oh. Mhm. Und ich hatte so derbe, krank, Angst, ich habe fast geheult, ich hatte ein Messer mit. Und alle so, das ist doch voll lustig, was hast du? Und ich so, mh, mh. Ich so, wir bleiben hier auch zusammen. Ich habe keinen Bock, alleine irgendwo hier zu stehen. Es war so schlimm. Ja. Es war wirklich Hölle für mich. Ja, es ist auf jeden Fall Adrenalinkitze. Ja. Also deshalb verstehe ich auch, dass man da so ein bisschen denkt, ja, ist schon auch geil. Ich habe das halt mit Beuys gemacht. Um die Coole zu sein? Nee. Nö, weil die anderen. Ja, okay. War halt einfach so die Runde. Aber dann wusste ich, wenn jetzt was ist, können die dich beschützen. Da gibt es einen Böger. Da gibt es einen Böger vom Bock. Ja. So, wisst ihr? Ja. Ja, okay. Ich mache immer alle durch. War halt super, war super schwarz. Nee. Da habe ich mal im Selbstverteidigungskurs gelernt, dass du dich dann selber verletzen kannst. Ist egal. Über Ehren. Egal, wie ihr wollt. Ich schlage auch so. Und dann bin ich ganz schwarz angezogen gewesen, hatte noch Mütze auf und so und dann, alter, geil. Ich wurde letztens, das war aber am Tag und ich habe mich richtig erschrocken und habe mich dann danach auch kurz, wirklich kurz irgendwie eklig gefühlt und dachte, hä, krass, okay. Da war ich noch eine Runde spazieren und da fuhr ein Lieferwagen an mir vorbei mit zwei Boys drin und die haben ganz laut rausgerufen, ey, Puppe. Oh Gott, das ist einfach freudig. Und dann habe ich mich auch irgendwie geschämt, weil da noch drei andere Leute waren, also richtig dumm. Ich dachte, ach nee, jetzt meinten die mich vielleicht, also ich wusste es ja auch gar einfach, meinten die auch irgendwen anders, aber ich habe es leider zu laut gehört und ich hatte eine Mucke drin. Und da habe ich noch kurz überlegt, ich gucke jetzt wie, weil es war ein Firmenauto, Google-Rezension. Ja. Habe ich aber leider vergessen. Also ich weiß nicht, wer es ist. Ey, man muss ja wirklich, lass das nicht mehr mit mir machen. Nee, ich fand es auch richtig scheiße. Catcalling. War halt auch sinnlos. Also ich dachte so, was, also macht ja gar keinen Sinn. Denken die, auch wenn du in der Neustadt, was ich dir jetzt mal schon gesagt habe, dort unten reingehen? Nie. Nie. Aber was eigentlich reingehen, weil da ist. Es ist, tut mir leid, Leute, das sozusagen ekelhaft wie die Scheiße, dort unten langzugehen als Frau. Und es ist Wahnsinn, wenn ich einmal am Abend reinlaufe, alleine, und wie das ist, wenn du eben mein Männliches dabei hast. Das ist so krass. Es ist so krass. Und ich drehe mich, aber das mache ich schon seit Jahren, ich drehe mich immer um. und sage dann so, was? Ja, ich möchte einen Ring von dir. Gerne. Ja, lass doch jetzt mal bitte bumsen gehen. Oh, du hast mich so schön angeschrien gerade. So. Dass dem richtig peinlich ist. Ja. So. Richtig so. Finde ich sehr gut, dass du das so machst. Ähm, ich bin jetzt, wir sind ja fast durch, weil ich habe jetzt auch ein paar... Ach nee, das kann ich dich nicht fragen, weil du magst ja keinen Kaffee. Oh, na nee, frage ich dich auch nicht. Geht auch nicht hier, Leute. Wir haben... Frag doch einfach. Vielleicht kann ja jemand in der Community, aber dann... Weißt du, die machen... Soll ich dich fragen? Ja. Würdest du lieber einen Monat kein Alkohol trinken oder einen Monat nicht rauchen? So. Einen Monat keinen Alkohol trinken. Ja, die Zickis müssen rein. Ja, und ich habe das schon gemacht. Das stimmt, du kannst das. Es ist jetzt nicht so, dass die abhängig sind. Also da geht zwar viel rein. Ja. Gerne mal. Aber es ist kein Muss. Du hast es ja jetzt miterlebt, ne? Richtig. Wenn du vorher... Dachtest du selber vorher manchmal bei den Erzählungen so, Alter, wie krank schütteln die sich eins rein? Und du hast jetzt aber, wenn du es miterlebt bist, du so denkst... Nee, es ist schon so, wie ich denke. Nee, es ist schon normal. Also, unser... Nee, oh Mann, das Trinkverhalten am Abend. Ja, ja. Also wir sind jetzt nie Druckbetankung. Nee, es ist so partymäßig. Ja. Also ich finde, ich habe jetzt nicht gedacht, dass es krass exzessiv ist und so ist es ja auch nicht. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist schon straff. Ist schon sportlich, was bei euch reingeht. Ach ja, was bei uns reingeht, ja. Naja, ja. Wir sind ja besser im Training als... Na eben, aber es ist es ja, wie oft da was nachkommt und was das so ist, wenn ich dann denke, boah, ich sollte eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist ja so, ihr steht ja besser im Training. Aber es ist nicht so, dass ich gedacht habe, äh, wie kann man so krank viel saufen? So schlimm ist es nicht. Okay, pfuh. Mach jetzt mal noch eine letzte Woche. Ich habe wirklich krank Hunger. Okay, eine gute oder eine schlechte? Mährisch egal. Das darfst du also... Okay, wir nehmen die letzte. Hättest du lieber einen Partner, der immer organisiert ist? So, also jetzt vielleicht nicht so akribisch, also nicht so penibel. Oder jemand, der immer spontan ist? Nee, ich habe das gemerkt, dass, ähm, das für mich, glaube ich, auch ein bisschen was mit, ähm, aufeinander Verlass haben zu tun hat. Das geht irgendwie für mich mit einher. Ja, Spontanität ist ganz wichtig, definitiv. Aber es wäre schon gut, wenn jemand ein bisschen organisiert ist. Muss ich leider sagen. Es ist, es hat sich aber auch geschiftet, oder? Ja. So vor zehn Jahren, wenn man so, nee, spontan. Ich hätte gedacht, Alter, ich möchte jemanden, der spontan ist. Nee, ich möchte jemanden, der für sich organisiert ist und auf den ich mich verlassen kann. Ja. So. Sehe ich auch so. Also ich brauche auch jemanden, der ein bisschen, weil ich bin ja jetzt nicht so krass spontan und ich brauche jemanden, der mich da so ein bisschen, also der mich nur, das ist auch super schwierig, der mich da nur so ein bisschen mitzieht und sagt, komm, das ist doch geil, das machen wir jetzt. Und da auch so eine Connection zu mir hat. Aber es darf auch nicht zu viel sein, dass ich denke, ich will mal chillen. Ja. Das geht auch nicht. Und organisatorisch muss er was auf dem Kasten haben. Ist so. Ich möchte nicht die Mama sein. Ich möchte mich nicht drum kümmern, dass hier irgendwas funktioniert. Und ich finde auch, dass das mit Verlassen zu tun hat. Ja, na klar. Weil irgendwie ja auch so, dass ich dann immer, wie du schon sagst, dann ihm alles hinterherräumen muss. Ja. Und ihn daran erinnern muss, weil er so unorganisiert ist. Und wenn er organisiert ist, dann kann ich mich auch auf ihn verlassen, dass er auch Sachen im Kopf hat, die mich vielleicht betreffen. So. Weißt du, dass man sich so ausgleicht. Hm. War doch eigentlich eine, also. Das fand ich gut. Eine okayer Schlussstrich so. Yes. Aber was heißt okay. Leute, ihr müsst mal sagen, wer die Folge fandet, weil ich hatte richtig Spaß. Ich auch. War richtig lol. Waren viele Themen irgendwie. Ja. Ja, lässig. War halt auch wieder ein bisschen Girls Talk. Muss man mal sagen. Mit Martin hätten wir das jetzt nicht so ausreizen können, das ganze Thema. So, nochmal der Reminder, wenn ihr, ne, Universe und so, schreibt da mal was in die Kommis, Klassen treffen, könnt ihr auch mal eure Meinung reinhauen. Schulsachen, wie lange, bis wann ging eure Grundschule? Hattet ihr irgendwelche Spezialitäten, wie Lena gerne wissen will? Schulspezialitäten. Aus welchem Bundesland kommt ihr? Ja, und wenn ihr, ja, dann noch Zeit habt, dann lasst doch gerne noch ein Kompliment da. Ja. So. Like, teilen, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren. Und seid so, wie ihr bleibt. Und sind eure Ja. transparency